Am 27. September fällt nicht nur die Richtungsentscheidung für unser Land, sondern es ist auch der Startschuss für unser Leitbild 2010 CSU+. Wir haben es gestern beschlossen, herzlichen Dank dafür. Wir wollen unsere Partei reformieren, behutsam und mit Augenmaß. Wir bewahren das, was unseren Erfolg verspricht, und wir verändern nur das, was verändert werden muss. Aber wir bleiben entschlossen und zukunftsorientiert. Wir wollen, dass unsere Partei moderner, noch kreativer, noch offener wird. Und wir haben als Diskussionsplattform uns alle ausgewählt, alle gesellschaftlichen Gruppen, die mitmachen wollen, Jung, Alt, Mann, Frau, Menschen in den Städten, Menschen auf dem Land, alteingesessene Bayern und Neubayern. Gleichermaßen alle, die bei uns politische Heimat finden, nicht nur in der Wahlkabine, sondern auch in unseren Verbänden, sind aufgefordert, mitzumachen. Meine Damen und Herren, wir wollen noch mehr Mitglieder gewinnen. Wir wollen unsere starke Mitgliederwerbekampagne in den nächsten Wochen noch mal forcieren. Und wir wollen, dass die CSU selbst das Vorbild für mehr Demokratie in unserem Land und in Europa werden kann. Bis zum nächsten Mal.